Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield 3 Multiplayer. Diesmal mit dem Dennis als Gast. Hi! Ja, Hallöchen! Dennis hat ein neues Mikrofon, was wohl cool ist. Ne, nur eine Soundkarte. Das habt ihr auch schon in meinem Let's Play falsch gesagt. Eine neue Soundkarte meine ich natürlich, sorry. So, wir spielen jetzt mal beide als Sturmsoldat. Können wir uns gegenseitig quasi wiederbeleben. Wir müssen verteidigen, sehe ich gerade. Okay, da spiele ich auch schon mal gerne Pionier, um einfach in die wartenden Leute mit Raketenwerfern reinzubauen. Was verteidigen wir dann zuerst? B oder A? Äh, ich würde sagen B, weil B ist näher von mir. Aber ich weiß nicht, wie da bei dir aussieht gerade. Alles, Tutti. Ich habe mich durch verlaufen. Ah, da hat schon niemand direkt meine, äh... Schon direkt jemand geschrieben, hey Pete, alles klar. Ich glaube, da kennt mich jemand. So, falls du diese Folge siehst, ich würde dir zurückschreiben, wenn gerade nicht Stress wäre. Fuck. Immer in 100 Variationspunkte. Na, ihr geht es ja direkt ab zu Anfang. Ja, wir haben bei den ersten Punkten nicht verteidigt. Ja, richtig. Wir haben uns für den anderen Punkt entschieden. Also, Shukremon. Hi. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich schreiben kann. Weißt du, wie ich schreiben kann? Dennis, weißt du, wie ich schreiben kann? Weiß ich richtig nicht. Ich weiß nicht. Fuck doch die Henne, ey. Och, du Scheiße, sind da viele Gegner. Ja, da stehen ein paar. Fünf oder so. Ich weiß nicht, wie ich schreiben kann. Ich weiß nicht, was mit. Mit K. An dein Team. So. Loll. Wo bin ich denn jetzt sagen? Ich bin doch gemessert worden. Interessant, der Spot mit gerade. Ja, Scheiße, ey. Ich bin hinten gespawnt. Ja, und hierum komme ich schon mal nicht. Fuck. Es wird Zeit, dass ich die Maps besser auswendig kennenlerne. Oh, jetzt kommt es ja so mit dem Spielen. Boah, da habe ich schon einen Gegner gesehen. Oh, einen weiter. Oh, nee, nee, nee. Boah. Ist doch gestorben. Ich bin noch nicht gestorben. Nee, da ist jemand gestorben. Boah, endlich, ey. Scheiße, wixer da. Granate. Granate. Alter, das steht doch nicht endlich. Immer. Das ist auch ein Scheiß-Bug, den wüsste ich ja wohl noch fixen. Ab und zu kann man Leute nicht mehr animieren. Ich weiß immer noch nicht, warum. Scheiße, ich bin da. Ja, das stimmt. Ich lege mich extra immer hin, aber selbst dann funktioniert das manchmal nicht. Okay. Sind wir beide down gegangen da? Sind wir. Okay, alles klar. Dann. Ich würde sagen, na A. Okay. Da oben, die auf dem Dach, da werde ich mich mit mir zustellen. Da kann man auf jeden Fall viele Reanimations- respektive Abstrauerpunkte machen. Abstrauerpunkte. Da ist ja einer rüber gelaufen. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Die Sau. Nicht mal. Einfach A von hinten nehmen. Müssen wir den nur einmal aufhalten. Ich hab gezogen. Muah. Hä? Wo warst du denn? Achter. Oh Gott. Da hab ich einfach durchgelaufen. Wo sind die denn? Kommt wieder einer. Von hinten wird jetzt sofort einer kommen. Einer ist oben auf dem Dach drauf. Hinter dir wird sofort einer kommen. Hinter mir wird sofort einer kommen? Ja, da links. Durch die Tür kommt der. So, da zwei. Ich hab keinen von den Kills gekriegt, ey. Nur Hilfe beim Killen. Schon frech. Boah, hat der mich weggeballert. Okay. Verrückt. Ah, war doch geil. Ja. Ah, keinen getroffen, okay. Die sind doch da bestimmt, oder? Doch, die stehen direkt hinter dem Haus. Wenn ihr aufs Radar kommt, kannst du es auch erkennen. Hä? Können wir die doch mal hier wegsnacken? Ja, offensiv Bram, oder was? Ich komme doch nicht hoch. Rechts, rechts weiter. Wo werde ich denn beschossen? Das war nicht von rechts, das war mehr von woanders. Boah, da ist ein Sniper irgendwo. Aha. Ja, da waren wir nicht. Da war ich dauernd. Da, 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 Pete is on the way. Pete kommt hier nicht hoch. So ein Rufer hin. Ich hole den Blick auf. Dankeschön. Sind die schon bei uns da auf dem Dach drauf? Weiß ich es wirklich nicht. Dennis Rescue macht kurz den paar freundlichen Mitarbeiter. Ich brauche eine andere Waffe. Ich glaube, die planten sofort B. Hast du das in Sicht? B habe ich in Sicht, da stehe ich genau vor. Ah ja, sehr gut. Dachte ich gerade, das sah so aus. Da stehe ich aber auch gay. Sind die da schon in dem Häuschen drin, ja? Scheiße, Tod. Da, 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 da. Pete is on the way. Woo. Fuck you, man. What did you want? Get your Mets. Was war das denn? Das ist jetzt wirklich nicht. Kommt man hier hoch? Ja, ne. What the fuck? Ah, wollte ich schon sagen. Was ist denn mit hier? Ist das nicht awesome? Hier oben? Wo bist du denn? Ich bin hier hoch. Ach so, da bist du. Ich bin hier hochgegangen. Allerdings ist es von hier aus schwierig, zu den anderen zu kommen, um die wiederzubeleben, glaube ich. Aber man könnte über die Dächer gehen. Boah, irgendwie gefällt mir meine Waffe nicht, ey. Die muss ich gleich, wenn ich sterbe, mal ändern. Wenn ich gleich mal sterbe, bitte nicht wiederbeleben. Okay. Ja, ich bin wo wir da haben. Da hinten habe ich dich genau gesehen, du Arsch. Oh, 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 oh. Wir sind da hinten an den Ecken. Jawohl. Der ist aber down. Na, aber der ist auch down. Ha, wir machen den platt, Junge. Komm, wir kriegen nicht mehr... Oh, doch, die ersten haben sie schon kaputt gemacht. Oh, 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 oh. Da wurde ich wirklich snabbert. Aber wie gesagt, wir sind nicht wiederbegeben. Das darf nicht wahr sein. Haben die geplantet? Hört sich so an. Ja. Wir haben die Waffe zu schrauben. Wir haben die Waffe zu schrauben. Ich will gar nicht die Waffe haben. Die sieht doch gut aus, oder? Und zwei kann ich noch gar nicht sagen. Nice. Okay, haben wir schon geschafft. Sehr gut. Oh, ja. Also, ich finde das Schlafgefühl echt geil. Oh, ja. Nice. Schukrameon. Wir haben es gepackt. Mit einem Zuschauer, Junge. Im Squad. Alle abgezogen. Okay, wir waren leider nicht die besten drei, aber trotzdem. Trotzdem nice, ja. Bei sowohl Sebastian fragt aber, ob wir den Skype einladen können. Soll ich das mal kurz tun? Ja, ist klar.